Das folgende Video erklärt und zeigt die neuen Funktionen verfügbar in der TubiDynabox Software GazePoint ab der Version 2.0.8. Ich habe in der Software zwei neue Funktionen verfügbar, die sich im Einstellungsbereich finden. Die eine Funktion betrifft die Kalibrierung. Das gilt dann sowohl für die genaue als auch für die einfache Kalibrierung. Ich habe hier die Möglichkeit, wenn ich eine neue Kalibrierung durchführe, nachträglich einzelne Kalibrierungspunkte zu optimieren. Ich zeige das einmal direkt, indem ich die Anwendung bzw. die Kalibrierung direkt neu durchführe. Das heißt, hier betrachte ich nun die verschiedenen Bildschirmbereiche, indem ich auf die einzelnen dargestellten Punkte blicke, bis diese zerplatzen. Das ist die genaue automatische Kalibrierung. Und wenn ich die Kalibrierung, also die einzelnen Bereiche betrachtet habe und ich die Kalibrierung erfolgreich durchgeführt habe, gelange ich automatisch auf die Seite, in der mein Kalibrierungsergebnis für die einzelnen Punkte angezeigt wird. Hier habe ich jetzt nun die Möglichkeit, einzelne Punkte, die eben nicht optimal sind oder Punkte, bei denen ich denke, diese möchte ich kalibrieren auszuwählen und dann hier im unteren Bereich auf Punkte optimieren zu klicken. Und dann werden auch nur diese beiden entsprechend ausgewählten Punkte neu kalibriert und ich habe die Möglichkeit zu optimieren. Als Augensteuerungsnutzer habe ich aber auch die Möglichkeit, hier unten auszuwählen, Punkte mit dem Blick auswählen, indem ich auf dieses Feld blicke und dann kann ich praktisch hier die einzelne Selektion direkt selbst mit den Augen durchführen. Wenn ich nun auf Punkte optimieren klicke, dann erscheinen die beiden vorher ausgewählten oder die allgemein vorher ausgewählten Punkte zur Optimierung und es wird eine neue Kalibrierung für diese beiden Einzelpunkte durchgeführt. Das heißt, ich hatte oben rechts und oben links auf dem Bildschirm ausgewählt. Kalibrierung der beiden Einzelpunkte wird durchgeführt und nach Berechnung wird diese Kalibrierung entsprechend dem Gesamtergebnis zugeordnet. Eine weitere Möglichkeit betreffend allerdings nur der einfachen Kalibrierung habe ich, indem ich jetzt neu in der Version 2.0.8 auswählen kann, welcher Bildschirmbereich maßgeblich für die Durchführung der Kalibrierung herangezogen wird. Bei Nutzern, die Einschränkungen im Gesichtsfeld haben, habe ich die Möglichkeit, indem ich mit der linken Maustaste gedrückt, die Ecken entsprechend nach innen oder oben ziehe, den Bildschirmbereich so anzupassen, um eben auch entsprechend die Kalibrierung in dem Bereich, der vom Nutzer auch erfasst werden kann, durchzuführen. Bestätigen tue ich meine Auswahl durch Drücken auf OK. Ich kann das Ganze abbrechen oder, wenn ich etwas verändert habe, auch wieder auf Werkseinstellungen zurückgehen und dann bestätige ich. Dies sind die aktuellen 9 Funktionen in der TobiDynavox GazePoint Software ab Version 2.0.8 und nun viel Erfolg bei der Nutzung.